Trivia. Rate das Wort. Hinweis Nummer 1. Es macht Geräusche. Hinweis Nummer 2. Es hat seine erste Sendung am Eiffelturm gemacht. Hinweis Nummer 3. Es ist das älteste Massenmedium und wurde 1887 erfunden. Haben Sie das Wort entdeckt? Wenn nicht, können Sie die Antwort in den Kommentaren sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.